Meine Lieben, heute erfahren wir etwas über die Geburt der Steine. Das sind alles nur Denkanstöße, man muss sich mit dem Buch das Licht befassen, um zu verstehen, wie die Monade durch all diese Entwicklungen geht, und der Mensch selber auch nochmal, und wie dann sogar seine Absonderungen zum Teil zu Mineralien von heute werden, zu Pflanzen von heute, zu Tieren von heute. Wenn man das einmal nur sich so durchliest, macht es keinen Sinn und man versteht es nicht. Die Zeit ist nun gekommen, dass wir an Schulen und Universitäten endlich mal mit dem zum Teil, nicht alles, aber zum großen Teil Unsinn aufhört, was da gelehrt wird. Dafür ist das Buch des Lichts da, denn BDL-Wissen ist Macht. Und wir wollen hoffen, meine Lieben, dass diese Macht nicht missbraucht wird. Und ich danke allen, die den Mut und die Geduld haben, vor allem mit mir. Unsere Liebe Nila Kanta, unsere Patita Dikshita, die Yamuna und die Tiagdina und alle. Dass sie mir helfen, dieses Wissen darzulegen, zu verbreiten. Ich sage ja immer, wir wollen gar nichts verbreiten, aber was ich eigentlich meine ist, jeder soll sich damit befassen und dann wird sich der Rest schon ergeben. Wie entsteht nun hartes Material? Also jedes Material oder jede Form entsteht ja sowieso immer durch Monadenbeeinflussung. Und wie die Monade dann entsprechend lebt oder dann wieder sich zurückzieht, so verändert sich die Struktur. Das muss man schon immer vom monadischen Standpunkt aus sehen, vom Metaphysischen. Das Metaphysische ist die Ursache für das Physische. Ganz einfach eigentlich. Aber unsere Lehrer und Wissenschaftler sträuben sich dagegen, weil sie müssten ihre ganzen Bücher umschreiben. Nicht ganz umschreiben, muss ich sagen, sondern nur die metaphysische Erklärung. Und sie können ja viel von dem, auch was Darwin gesagt hat. Mein Buch heißt zwar Darwin Irrt, aber er irrt nicht immer. Wenn wir das metaphysische Äquivalent mit einbauen, dann macht auch Darwin zum Teil Sinn. Wie entsteht das harte Material, das Gesteinsmaterial der Erde? Schauen wir doch mal in den Ozeanen. Da bilden sich Inseln. Und wenn wir jetzt unter dem Meer langlaufen würden, da sehen wir kleine Tierchen. Die leben, das sind lebendige Strukturen. Wir sehen sie als tot an. Man nennt sie Korallen. Und wie ist der Stoffwechsel dieser Tierchen? Mein Lieben, es gibt eine interessante Sache, die man sagen kann, dass die weißen Strände sind eigentlich Fischkot. Viele weiße Strände sind Fischkot. Absonderung von Fischen. Ja, ihr liegt in Fischkot. Entschuldigt, meine Stimme ist nicht mehr ganz so, wie sie sein sollte. Also, ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen. Diese Korallen, so wie alles in der Natur, haben einen Stoffwechsel. Das ist ja klar. Oben rein, unten raus. Oder vorne rein, hinten raus. Wie auch immer, ist egal. Der Stoffwechsel der Menschen in der astralen Struktur war Osmosis. Die haben also reinen Äther absorbiert. Und andere Seite wieder raus. So leben auch die Engel im Himmel. Ich frage, wir, jetzt hat sich unser Körper verdichtet und so haben sich die Organe entwickelt. Aber selbst heute leben wir von Äther, von sonst gar nichts. Gar nichts. Wir leben nicht von Wasser und von festen Lebensmitteln. Überhaupt nicht. Deshalb scheiden wir sie aus. Die sind gar nicht für den Körper da. Sondern der Körper entzieht ihnen den Äther. Wir mögen es dann unterteilen in Vitamine, dies und das. Aber das sind alle nur Begriffe für Unterstrukturen von Äther. Und je dichter unser Essen ist und umso tierischer, umso eher werden wir krank und so weiter. Das ist ja ganz klar. Ja, meine Lieben. Einfach. Eins und eins ist zwei. Wie ist der Stoffwechsel der Korallen? Sie sondern fortwährend Kalk ab. Ja, und der bleibt liegen und eine Insel ist bedeckt von diesem abgelagerten Kalk. Der kommt von den Korallen. Erstmal der Boden höher, mal tiefer. So weit runter, dass sogar ein See entstehen kann. Und dann ist da wieder Korallen. Ein Ring von Kalk. Kalk ist Korallenkot, meine Lieben. Kalk ist Korallenkot. Und weil sich gerade dort, wo die Korallen den Kalk absondern, die Erde senkt, kann der Kalk von den Korallentieren, geht, weil die ja im Meer selbst leben, ja, geht die Absonderung immer tiefer. Und darum habe ich auch gesagt im letzten Vortrag, liebe Forscher, wenn ihr vergangene atlantische Kulturen feststellen wollt, taucht tief und entfernt erstmal den Korallenkot, das Kalk. Dann werdet ihr euch wundern. Kalkablagerungen stammen auch von Tieren, also von Tieren, stammen die ab, von Korallentieren. Und deshalb war das so, wie da, wo der Jura-Kalk ist, waren eben Tiere, die haben den Kalk abgelagert. Im Jura waren also Tiere. So könnte man einen verbissenen Biologen auf die Palme bringen, aber einer, der Ohren hat zu hören und den Mut hat, das Buch des Lieds zu lesen, der weiß Bescheid und der diese Vorträge hört. Wart ihr schon mal im Mittelalpengebiet? Da seht ihr super harte Steine. Das wurde von den Pflanzen abgelagert. Jetzt geht mal ins Jura. Das wurde, liebe Anthropologen und Biologen, das wurde von den Tieren abgelagert. Also, harte Steine im Mittelalpengebiet von Pflanzen abgelagert, ins Jura von Tieren abgelagert. Meine Lieben, jetzt kommt ein, jetzt kommt die Erklärung dafür, das wird ja auch im Buch des Lieds erklärt, warum der Mensch per se höher ist als die Erde, selbstverständlich. Was nicht entschuldigt, dass er sie missbraucht. Die Erde war eine Pflanze und dann ein Tier. Und ist jetzt eine absterbende Struktur. Mehr will ich jetzt dazu nicht sagen. Absterbende sterben vor ihrer Zeit auch wahrscheinlich wegen uns. Und die Wesenheit, deren Körper das ist, das ist natürlich dann ein Planetenengel. Aber das sind andere, das sind andere evolutionäre Verbindungen und das muss man eben sehen. Dann verstehen wir, das Buch des Lieds, dass der Mensch sogar höher ist als die Sonne. Klingt sehr vermessen, ja? Wenn man so manche Menschen anschaut, vor allen Dingen unsere Politiker, Banker und Priester, da denkt man, das kann nicht sein, was der Landhüter sagt. Durch chemische Verbindungen kann sich aus toten Stoffen kein Leben aufbauen. Das ist ein Quatsch. Das ist ein Quatsch, der an Schulen und Universitäten gelehrt wird. Die lehren, dass sich durch chemische Verbindungen aus toten Stoffen Leben aufbaut. Ja, seid ihr denn von Sinnen? Wie soll denn das gehen? Geht doch gar nicht. Im Geheimnis des Weizenhalmes haben wir schon gesehen, dass das Leben aus dem Weltraum kommt, denn der wird von Äther ausgefüllt. Mula Prakriti in höchster Schwingung und so weiter und so weiter. Oder in unterschiedlicher Schwingung. Alles kommt aus der Stille, die ihr gerade vernommen habt. Ja, so ist es nun mal. Tote Stoffe können sich nicht zusammenmischen und leben. Und dann kommen die Biologen und sagen, Urzeugung, das ist Quatsch. Tote Stoffe waren einst lebendig. Sind Absonderungen von Lebendigem. Tote Stoffe sind Absonderungen von Lebendigem. Unser Knochen sind genau dasselbe. Im Mutterleib haben wir noch keine Knochen. Aber dann, wie wir rauskommen, kommt das sich Absondernde. Aber das Lebendige ist zuerst und dann kommt das Tod. Und der Äther, wie im Geheimnis des Weizenhalmes, zieht alles hinauf. Die Erdenschwere, monadisch, karmisch bedingt, zieht alles hinunter. Und immer wieder wird das Anatar entrissen. Runter in die Erde. Gicht und Diabetes und so weiter, kommt, umso mehr wir schwere einatmen, sozusagen. Aber je mehr wir Kräfte nehmen, die nach aufwärts gehen, umso lebendiger werden wir. Wenn auch diese Struktur, wenn sie Millionen Jahre halten, mag auch dem Fall unterliegen. Denn auch alles Ätherische wird eingezogen in den Urkunden, mein Lieben. Das ist keine Frage. Schaut euch mal einen kranken Menschen an, mein Lieben. Was fehlt bei dem wirklich, liebe, ja auch Homöopathen und Ganzkörperdoktoren und Ärzte? Das habt ihr noch nicht gehört, das wisst ihr nicht. Warum fehlt dem etwas, dem kranken Menschen? Er hat zu viel Schwerkraft. Er hat zu wenig Kraft, die rausgeht in den Weltenraum. In das Ätherische. Und so lagert sich in dem alles ab. Auch bedingt durch seine Ernährung. Er wird buchstäblich, und das ist der Hauptgrund, immer verkalkter, meine Lieben. Man kann aus diesen Substanzen eine Arznei machen. Man kann die alte Ätherkraft wieder verwenden. Kieselmedikamente, meine Lieben. Wenn die Ärzte nur hinhören würden. Und wenn sie nur diesen Vorträgen lauschen würden. Der Mensch lebt zu wenig, weil er keine Verbindung mehr mit dem Weltraum hat. Und die kriegt er automatisch, je mehr nach innen geht. Denn da ist das Ätherische, da ist das Feinstoffliche. Man isst nicht zur Unzeit, sagt der Buddha. Einmal am Tag ein leichtes vegetarisches Essen, nur Wasser trinken. Und ihr werdet das Ätherische in euch wieder erwecken. Verkalkung ist nichts weiter, als wieder zur Schwere gezogen werden. Meine Lieben, so ist das nun mal. Und weil wir nach oben gezogen werden im Weltraum, ist der Kopf auch oben. Das würden wir ja auf dem Kopf stehen und würden mit den Beinen hochgezogen werden, meine Lieben. Ja? Den Kopf kann man am leichtesten heilen mit Kieselstrukturen. Und alles kann man ja, seht ihr an mir. Lungenentzündung. Karmische Dinge. Zu sehr konzentriert auf das Physische. Und im nächsten Leben, falls ich auf Erden wieder geboren werde, kann ich dann mich eben mehr durch den Ätherstoff ziehen lassen, in den Weltenraum, also nach oben, also geistiger. Dazu muss ich mich aber abwenden vom Physischen. Man sagt von einer heiligen Nonne, dass die geschwebt hat, irgendwann im Mittelalter. Weiß nicht mehr, wie die hieß. Der hat nichts gegessen. Bisschen Wasser getrunken war in ihrer Zelle und man sah sie manchmal schweben. Naja, vielleicht ist das nur ein Hinweis dadurch, dass wir immer leichter werden, je leichter das Essen wir essen. Und nicht diesen Scheißdreck, diese ermordeten Tiere. Entschuldigung, ich kann es nicht anders sagen. Und ich, meine Lieben, ich will nicht jeden hier zum Vegetarier machen. Ich will nur darauf hinweisen. So, wenn wir, ein Tierfleisch hat, weniger Ätherbeilegung als Gemüse und Pflanzen und Obst, das ist ganz klar. Ja. Weil Tierfleisch bereits verdautes Fleisch ist, beziehungsweise verdautes vegetarisches Essen. Ja, vegetarische Nahrung. Meine Lieben, was soll man dazu sagen? Das kann man nicht nur einmal hören und dann sagen, so, was gibt es denn jetzt Neues? Schau doch mal nach da, was da ist da. Nein, nein. Ich habe die Hoffnung, dass es ein oder zwei Menschen auf Erden gibt, die sich mit dieser Sache befassen. Ich liebe euch alle. Liebe und Licht sind Dank. Vielen Dank.